Warum mach ich eigentlich die Abmoderation, wenn du aufnimmst? Das hab ich mich auch gefragt. So, weiter geht's. Yay! Huh? Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rocket League. Jetzt würde ich schon wieder die Antwort machen. Und... Mit mir dem TGW und dir dem David. Genau. Und wir werden dir jetzt richtig geil wegfisten. Ja? Ja, mein Torbrich noch mal rein, mein Schatz. Das hätte aber gepasst. Das wäre typisch. Hm? Was hast du überhaupt gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Wir werden dir richtig geil wegfisten, hab ich gesagt. Ja, das hab ich schon verstanden. Aber was hast du noch gesagt? Warum war das dein Tor? Da hast du aber noch ein Unverschämtheit ist das. Klar, ich bin im Weg gegen. Boah, hast du gesehen, wie geil ich den ausgespielt hab? Du warst da nicht mal mehr für uns, Mann! Das ist doch ne Unverschämtheit! Ja, das gibt's doch nicht. Das fängt ja schon wieder super an, Alter. Lucha. Ist das ein Anfänger? Semi-Profi, Profi, genau wie wir. Okay. Ab Level wie viel ist man eigentlich Profi? Ab Level 20. Okay. Welches Level bis? Semi-Profi. Welches Level bis du? Oh oh. Welches Level bis du? Alles klar, guck ich später. Hast du? Dann haben wir wieder die Mega Pink. Mhm. 240 deine. Äh, wo sehe ich überhaupt das Level? LPE drücken. Achso, das Level. Was? Keine Ahnung. Ja, okay. Sehe ich ja im Menü. Du? Ja. Aber ich dürfte so 16, 18, 19 irgendwie sowas sagen. Sehr genaue Angabe 16, 18, 19. Ja. LOL. Weißt du? Hast du aber. Ja. Alter! Junge. Nein! Alter! Du bist zum Tor? Nein. Ich fahre jetzt zum Tor. Sehr gut. Alter. Du bist zum Tor? Oh oh. Alles gut. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Scheiße. Ich fahre zum Tor. Mhm. Der ist drin. Nein. Nee! Äh. Oh oh. Alter war einfach viel zu scharf. Viel zu hot. Hast du zu viel Tabasco dran gemacht? Ja. Hast du zu viel Tabasco dran gemacht? Alles klar. Alles klar. Alles klar. Leute. Ja. Was ein Luschentor ey. Musst du dir das mal angucken ey. Ich hab schon weggerückt. Oh ja. Du bist jetzt trotzdem. Ich weiß so. Wundervoll ausgetrickst. Du. Ja du. Ja. Nein! Ich bin hinten. Genau deswegen habe ich Angst. Nein. Nein. Loll! Genau deswegen habe ich Angst. Ne. Ist doch alles klar man. Ich weiß gar nicht was du hast. Ne. Oh wundervoll. wir haben schon gewonnen haben wir so wieder zerlegt macht voll sinn ja opfer aufs freie war auch voll frei Naja, äh... Es sind zwei Leute im Tor, Schatz, bist du verarscht? Ey, da war trotzdem ein Anstoß. Ja, ich bin mit dem Anstoß. Weißt du, das war ja zu früh, ey. Was? Scheiße! Ah, fuck. Fast hätte ich ihn noch gehabt. Ey, immer wie knapp das immer ist, ey. Da hätte ich den anderen da getroffen, hätten wir das noch haben können. Gibt's nicht, ey. Naja. Ich gefreut. Alles Paletti mit den Spacken... Nix davon nix! Was machst du? Ja, ich kann sowas nicht! Ja, okay. Na, ist ja okay. Ich hab auch oft schon verscheißen gebraucht. Ich sag doch, ich bin kacke im Tor. Ja, na, macht nix. Gut, du gehst schon. Mann, ey. Ja. Das hab ich nur gemacht, damit wir das Feld von hinten aufruhen können. Alles klar. Ah, ist klar! Leute, ich mag Leute nicht hier fliegen können. Ja. Ach, schade. Ja. 3-0, Alter. Was ist los? Ja, fast, fast wieder. So fast, ey. Du gehst wieder vor. Ja, das tu ich doch glatt. LOL. Ähm. Ähm. Ich hab... Okay. Alles klar. Ja. LOL. Bist du da? Ja, ich bin da. Wie du gesehen hast. Ja. Oh, scheiße. Ach, schade. Ich fahr nach hinten. Alter. Aua! Bist du da hinten? Ja. Bosch. Der war mir im Weg. Wär der nicht da gewesen, hätt ich ein Tor gemacht. LOL. Jawohl. Bitte lass mir den. Och, Mann. Fast hätt ich ihn dir geklaut. Na, okay, der war schön. Schön über Bande gespielt. Da guck, fast wär ich noch dran gewesen. Hätt ich noch ein bisschen mehr Boost gehabt. Wurde ich schon. Ja. LOL. Der ging steil. Hast du? Ja. LOL. Voll die geile Parade, Alter. Ich kann nicht fliegen. Ich weiß nicht. Ich hab ihn eh gehabt. Alles klar. Hab ich den Ort gepeilt hab, Junge? Mach mal doch mal. Du hättest ein Tor machen können, Mann. Ja. Ja, ich hab... Okay. Nice outgeplayed. LOL. Der ist outgeplayed. Ich hab gar... Nein. Hinter. Ja, ich bin hinten. Sehr gut. Ah, ah, ah. Machst du da. Ich hab wieder Verbindungsprobleme anscheinend. Sieht wieder ganz schacke aus bei mir. Oh, lol. Oh, oh. Nein. Oh, nein. Scheiße. 4 zu 1. Was ist plötzlich los, Mann? Das schmeckt so ekelhaft. Ohne Scheiße. Das schmeckt wirklich wie Zigarettenstummel, die man isst. Ohne Scheiße. So was grauseligs. Nein. Nein. Ähm. Ähm. Alles klar, Nixler. Das gibt's nicht. Oh, Scheiße. Ach, Mann. Alter. Mann. Ja, einspielen. Geh du mal vor. Oh, oh. Scheiße. Mein Torwartskillz, anot se yellow from se egg. LOL. Verbindung. Bei mir ist der vorbeigesprungen. Deshalb bin ich vorgefahren. Dann hat er aber doch noch die Bahn geändert. Was ne Scheiße, ey. Ich. Ich. Wir haben es jetzt geschafft, in drei Minuten se- Sechs Tore zu machen, ja? Schaffen wir jetzt auch noch in zwei Minuten. Heh. Ich hab keinen Boost mehr, sonst hätte ich den noch haben können. Oh, oh. Ja, Mann. Okay. Okay, mein nicht zu eins. Der Mensch, um mal etwas. Hast du gut alle weggehauen. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Das war ein bisschen zu viel. Ja, hol dir hin. Ja, ich weiß, du kannst dich nicht in Luftrausf lesen. Ist schon klar. Ja. Nein. Ja. Weil du nicht bist. Nein. Nein. Das gibt's nicht. Nein. Okay. Das gibt's nicht. Ja, ja, ja. Ist noch da. Ist noch da. Ja, jetzt. Alter, der soll auch mal aufhören, mich frontal zu knutschen. Das war ein schlimmer Junge. Das gibt's nicht. Schöne Auflage. Wieso ich? Das verschießt. Ich hab dich nicht berührt. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, das gibt's nicht, ey. Das ist das zweite Spiel oder das erste? Das zweite, ne? Nein, es ist das erste. Oder? Ja, nein, zweite. Beim ersten haben wir... Haben wir gewonnen. Total. Er ist total. Er ist gereckt. Oh, scheiße. Das gibt's doch gar nicht. Oh, du Spaß, Alter. Das Spiel ist echt geil. Ja, das stimmt. Es macht wirklich Spaß. Wenn wir dieses Spiel nicht so hart verlieren würden, wär's noch geil. Oh, lol. Da geht keiner vor. Cool. EISEN! Was hast du gesagt? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub, irgendwie sowas. Alter, halte den noch nicht oder so. Bei mir ist Eisenpfote angekommen. Eisen was? Eisenpfote. EISEN! Loll! Wir werden nicht mehr... Es gibt's doch nicht. Wir verlieren aber nicht zu Seen jetzt, ja? Bitte! Werden wir jetzt gerade gereckt? doch für den mann machen die branche gegen die will ich nicht das ist mit wenn die so hoch würden dann haben wir nächstes spiel auch keine chance also wenn das wenigstens wenn die ein bisschen besser werden als wir ja dann hätte ich sogar bock darauf aber wenn wir uns so abziehen dann habe ich da keinen bock gut ich bin nicht ach schade ok 9 3 ist es okay finde ich also ist es nicht so schlecht ja 9 tör bekommen ist was du sagst ist doch egal das musst du ja jetzt nicht noch mal sagen du gehst ja es gibt erst noch mal ein anstoßtor dann steht es 9 4 dann sieht das schon mal viel besser aus also fast ein anstoßtor aber trotzdem ja warum haben die die nicht einfach auf den Boden gelassen weil sie noch mitspielen wollen 9 4 Mann ja so scheiße egal dann ziehen wir die jetzt noch mal 9 ab 11 9 ab nicht hoch auch nicht ja warum sagst du auch was denn ich habe doch gar nichts gesagt guck man oh oh da fängt schon wieder super an ähm hast du den? nein ich hab den nicht ach das gibt's nicht so alt jetzt mal ja okay aber jetzt jetzt wir müssen ein bisschen ernst ja ernst ernst wir müssen die taktik erst daran ja ich die vor ich bleib erst im tor wir gehen einfach voll hardcore wir müssen ein bisschen mehr im tor bleiben ja nicht hardcore reingehen wir sind immer beide zu viel vorne ob das ist unser größtes problem brichst du weg so ziemlich ja ich bin hinten du hast mir bist du nicht bist du noch hinten ja alles klar es gibt dann nämlich so eine kleine stufe hier am eck und rufen das gibt es nicht wieso geht ihr denn nach rechts wenn ich nach vorne es gibt es noch eine kleine icke am tor wenn man da drüber fällt dann springt man ganz kurz wenn man dann gas gibt dann verhaspelt man sich total ich habe mich jetzt beim wort verhaspelt sagen warst du das die wette gilt top die watte quillt es hat bei irgendjemand bei äh bei wetten das gesagt alles klar der hat mich da weggerammt ja ich geh mal wieder ins Feuer ja guck mal wie gut ich bin hier also im tor ist auch nein wir sind da ja es ist alles klar bleib mal im tor ja gerade sehr gut danke alles klar ähm oh nein 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 das war ein saniger Burst ey ach die sind aber auch gut ja das stimmt leider also das ist gut also lol ich hab ich hab ich hab Versicht ja was hast du alter machst du denn na ja nein ja ja ich wollte schon sagen das wäre echt krank gewesen wenn der den gehalten hätte da hätte er den sogar fast noch gekriegt ich glaube es nicht du bist schon ja alles klar ja herr kommissar scheiße bleib hinten ja oh nein den hab ich gut aufge... oh alter das denn warum auch immer lol danke Patty Shakur du bist jetzt hinten ne ja wo ist denn der Bus wo ist denn der Bus hast denn oh ja Parade Junge bist du im Tor? ne dann gehe ich ins Tor oh fuck vorsicht ne oh der versaut ne oh der versaut ne oh der versaut bleib Tor ne bleib Tor ne 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 das darfst du nicht machen ja alles klar ne ja ja ne wie schied ha ha wundervoll eh ha sind das wirklich die die uns 901 abgezogen haben? Ich hab schon ne. Wir können uns ja nicht spätestens in der Aufnahme ansehen. Ich geh vor. Jo. Hätt ich nicht so schnell darauf zu fahren sollen. Weiß ich hätt fliegen sollen. Ich hab nicht einmal geflogen. Nein. Spiel! Spiel! Nein! Das ist selber verhauen. Das ist sehr schön. Alter, dann hätt ich fast reingekaut. Nein! Nein! Oh nun! Oh nun, Alter. Oh nun, Alter. Oh nun, Alter. Oh nee, das gibt es nicht. Wieso kann der fliegen? Aber wir haben trotzdem gewonnen. Ich sollte echt das Fliegen trainieren. Oh du wix, ich machs einfach nie. So. Also wenn die jetzt kein Anschlusstor machen, haben wir gewonnen, würd ich sagen. Okay. Also wenn, ne? Also vorausgesehen. Okay, wundervoll. Gut. Wettvollster Spieler, Junge. Dann gehen wir mal ins Hauptmüller und ich sag danke für's Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Rocket League. Ja, tschau. Verpasst euch. Tschüss. Das sind die Beats. Das sind die Beats. Das sind die Beats. Bis zum nächsten Mal.